Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2 hier im Landkreis Forsthausen. Ups, jetzt aber. Und ja, wir fahren weiter mit unserem sexy Bus. Und ja, wir gucken mal, was noch so passiert, weil ich kenne die Strecke jetzt schon leicht. Da ist mir ein leichter Fehler unterlaufen. Alter, Alter! Wichser, sonst bleibt er da dreimal stehen. Der macht auch keinen Platz. Das sind ja alle wieder soziale Leute hier heute. So, da ist das Schulzentrum, da ist der Kollege. Mann, 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 Mann. Und jetzt will halt keiner einsteigen, oder was? Ja, das muss ich ja auch nicht verstehen, ne? Okay, wir machen mal zwei Minuten noch vor. Jetzt kommen sie alle angeeiert auf einmal. Tag. Sehr gut. So. Und weiter geht's. Welcher Deppen hat denn da hinten auf dem Kinder... Oh. Auf dem Kinderwagen-Schalter gedrückt. Ach, Mann, ey. Ah, ich weiß wer. Ich. Durch einen Screenshot. Wichser. Lassen wir doch Platz. Mann, sind heute alle wieder asozial hier. Das ist ja grausam. Ja, wenn keiner will, dann fahren wir halt weiter. Ganz ehrlich. So einfach ist das hier. Ja. So, Schnauze. Hier ist nochmal die Seeburger Straße. Okay. Hallo. Tag. Hallo. So, und sehr gut. Und weiterfahren. Alter, fahr doch. Das gibt's nicht. Mann. Es gibt Idioten auf dieser Kackkarte hier. Ja, und jetzt fährt er, oder was? Also. Irgendwo ist doch... Fängt das Deppensein doch an bei denen. Halt die Fresse jetzt. So, will ja keiner raus. Können wir ja weiterfahren, ne? Wir haben sie sich wieder alle festgefahren, weil sie vollkommen bescheuert sind. Jetzt fährt er auf einmal. Ich glaube, ich biege auch falsch ab, kann das sein. Ja, ich bin auch falsch abgebogen. Scheiße. Ficket euch alle. Und jetzt mach halt den Rückwärtsgang rein. Danke. Und ja, ich hab die Kollisionen momentan aus. Ihr seht gleich... Oder nee, ihr werdet nicht sehen, warum. Weil ich's ja erst danach wieder anmache, wenn wir an der Stelle vorbei sind. Wo bist du denn jetzt her? Geh weg. Ja, sie haben so eben ein Männchen angefahren. Weißt du, wie viel mich das interessiert? Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür zu, hab ich gesagt. Alles Scheiße hier. So, hier muss ich lang. Ganz ehrlich. So. Mann. Hallo. 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 Jetzt beschweren Sie sich, dass es zu warm ist. Danke. Alter, es wird nichts Geileres geben als so ein 26-Grad-Bus im Winter. So ein Saunabus. Oh, da würde ich wieder drinnen einpennen. So wie mir das... Soll ich die Geschichte mal... Das ist eigentlich so eine Livestream-Geschichte, die man im Livestream erzählen muss. Erinnern mich im nächsten Omzi-Livestream mal an die Geschichte in dem RE in Richtung Dortmund von Aachen aus. Dann erzähl ich das mal. Das ist schön, was da passiert ist. Ich bin zu einem Pfosten. So. So, hier hinten kommt nämlich jetzt das Stückchen... Ja, ich bin hier heute schon mal gefahren. Ich hab vergessen aufzunehmen. Ist ja gut. Hier ist jetzt das Stückchen, wo gleich eine unsichtbare Wand reinragt. Und das ist hier um die Ecke. Hier... Pong! Fährst du dagegen. Das ist irgendeinem Grund. Aber fahren wir mal vernünftig hier. Deswegen hab ich die jetzt gerade noch aus. Von gerade eben. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die nicht aufgenommen hab. Und dann hab ich sie zurückgesetzt. Und dann hab ich sie nicht wieder angemacht. So. So. Haltet doch mal die Fresse. Hört auf, euch sehr empfindlich anzustellen. Ich lenke doch nur mal kräftig. Ihr wollt doch alle pünktlicher kommen. Scheiße. Ja, soll ich ihm reinknallen oder was? Soll ich dem Typen voll reinfahren? Ist es das, was ihr alle wollt? Mann. Meine Fresse. Jetzt geht er mir auch noch auf den Sack hier. Kraftstoffzündung. Ist mir doch scheißegal. Oh, ihr wollt mich verarschen, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, 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 oh. Bei dem würde ich nicht einsteigen. Den LKW überholt und dann noch reingebremst in die Haltestelle. Ups. Slightly asozial. Ja, wollt ihr denn jetzt alle einen Führerschein, oder was? Ja, quitt. Ja, ich habe doch gelesen. Oh. Komm, geh weg. Ich will diese Info nicht mehr. Ist mir doch scheißegal. Nächste Haltestelle. Elisabethstraße. Elizabeth. Ja. Beschwert euch nicht. Upsala. Scheiße. Scheiße. Jetzt. Warum funktioniert die Bremse nicht? Och. Alter. Ich gehe hier schon. Ich wichse hier schon voll die Eisen rein. Geh wieder auf. Guten Tag. Ja, Tag schön. Mann. Ey, du wichst die Eisen rein. Es passiert gar nichts. Boah, fanden sie schlecht. Boah, fanden sie schlecht. Fickenweg. Äh, Finkenweg. Was? So. Hier rum. Sehst du. Weißt du, da kommst du einmal pünktlich. Und dann regen sie sich auf. Eine 50er Kurve. Manfred, halt die Fresse. Nur weil bei dir die Gravitationswellen wieder einsetzen, heißt das nicht, dass du jetzt direkt schwanger werden musst hier. Mann, da kriegt er direkt die Hormone. Meine Fresse, was ist denn los heute? Abonnieren so viele. Uh, da ist Rot. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte jetzt reinfeuern in die Kurve. Ei, 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 ei. Das muss so. Ja, Info, Info. Es interessiert mich alles nicht. Nein, 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 nein. Aha. Aha. Jetzt bremst doch mal. Jetzt habe ich die Bremse so weit durchgetreten, ist er da hinten jetzt erst richtig kräftig bremst. Und los geht's. Ich habe gesagt, los geht's. Danke. 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 Ich wollte gerade sagen, hört die Kurve irgendwann auch mal auf? So, dann lassen wir gerade mal hinten welche raus und dann machen wir nur eine Station. Ding, 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 ding zwei Füßen drauf treten. So. Mann, das ist ja voll nervig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von OMS2 und ja, ich bin erst mal raus. Euer Felix. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.